hallo meine lieben freunde des geflehten kabel salats und herzlich willkommen zum fünften teil meiner tutorial serie wie geht eigentlich esp home im heutigen teil möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal ansehen wie wir über esp home mit zum beispiel einem der 1 mini einer note mcu oder einem esp 32 in der lage sind solche rgb leds genauer gesagt adressierbare rgb leds in dem fall sind sie jetzt ws 28 12 b ansteuern können abschließend schauen wir uns dann auch noch an wie wir mit esp home effekte auf diesen leds anwenden können aber eins nach dem anderen ich quatsch jetzt hier aber gar nicht mehr lange rum sondern ich würde sagen wir legen direkt los mit dem video brauchst du für dein projekt noch eine platine bei pcb way bekommst du 10 zweilagige platinen für nur 5 dollar als neukunde sogar kostenlos neben epoxidharz pcb bietet pcb auch flexible oder aluminium pcb an wer nicht selber löten möchte kann pcb way auch gleich das bestücken der platine überlassen doch damit nicht genug pcb way bietet nämlich auch verschiedenste arten von cnc arbeiten an egal ob fräsen drehen oder laser zuschnitt aber auch die auswahl bei 3d druck lässt keine wünsche offen durch verschiedene druckarten wie fdm dlp und sla wird neben den üblichen kunststoffen durch selective laser melting kurz slm sogar der metall 3d druck mit vier verschiedenen metallen angeboten alle informationen dazu findet ihr unter pcb way.com und hier geht es jetzt weiter mit dem video so wir sind also jetzt hier bei mir im home assistant wechseln direkt mal nach esp home und ich würde sagen wir legen als erstes mal eine neue komponente an ich klicke immer auf plus und sage jetzt hier einfach mal rgb led test gebe jetzt einfach mal irgendwelche wlan zugangsdaten ein die muss ich gleich noch korrigieren die bord erkennung die überspringe ich jetzt ich sage direkt wähle ein spezifisches bord wähle jetzt hier meinen d1 mini aus und sagen next einmal close die konfiguration wurde erstellt also gehen wir hier auf edit als erstes entferne ich jetzt hier mal die ganzen kommentare und ich korrigiere hier meine wlan zugangsdaten dann klicken wir auf speichern und jetzt kann es auch schon losgehen damit wir jetzt hier unsere leds konfigurieren können wechseln wir als erstes wieder nach esp home und ich suche jetzt hier einmal nach fast led dann sehen wir auch direkt fast led light das wählen wir aus und sehen hier die dokumentation der fast led library diese wird unterteilt in fast led clockless und fast led spi ob es sich um clockless oder spi led stripes handelt das seht ihr in der regel daran ob ihr drei oder vier polige leds habt ausnahmen bestätigen die regel wie zum beispiel ws 28 13 diese haben auch vier pins aber die zweite datenleitung ist keine wirkliche zweite datenleitung sondern eine backup leitung wenn eine led ausfällt läuft der datenstrom weiter über die backup leitung das wäre also noch mal eine besonderheit aber in der regel kann man sagen dreipolige sind clockless und spi sind vierpolige led stripes dann haben wir hier wieder das beispiel wie es in home system aussehen könnte wie ihr schon sehen könnt es sieht aus wie eine ganz normale lampe also eine light integration und genau das haben wir hier auch in unserem code beispiel wir beginnen mit dem integrationstyp light und darunter erzeugen wir in der light liste einen eintrag vom plattform typ fast led clockless mit chipset wird hier angegeben was für ein chipset unsere led stripe hat also was für ein led stripe typen wir verwenden welche led stripes unterstützt werden das seht ihr hier in diesem link supported chipset da gibt es eine vollständige liste welche led typen unterstützt werden in unsere beispiel verwenden wir jetzt ws 28 12 b dann müssen wir ihm als nächstes angeben an welchem pin unser datapin der led stripe hängt die pin definition kennen wir ja schon hier in dem fall sind sie jetzt mit gpio 23 angegeben hier könnt ihr natürlich wie im letzten video schon erwähnt auch schreiben d1 oder d2 oder je nachdem an welchem pin ihr die leds angeschlossen habt kommen wir nun zu num unterstrich leds und mit diesem parameter gebt ihr an wie viele leds ihr denn an diesem pin angeschlossen habt heißt hier müsst ihr die anzahl an leds auf eurer led stripe zählen die hier an diesem pin hängen und die anzahl hier eintragen es handelt sich nun mal um adressierbare leds das heißt wir wollen ja auch in der lage sein jede einzelne anzusprechen also muss der controller hier auch wissen wie viele leds hat er maximal zur verfügung das wird spätestens bei effekten dann wirklich relevant da er da eben auch zum beispiel eine farbverteilung über die volle breite der stripe umrechnen muss und spätestens dann damit wir eben eine gleichmäßige verteilung haben so wie wir uns das vorstellen müssen wir hier auch angeben um wie viele leds es sich handelt als nächster parameter kommt rgb order in diesem fall wird angegeben brg also blau rot grün und hier unten seht ihr alle gültigen parameter für diesen eintrag mit diesem eintrag wird einfach angegeben in welcher reihenfolge die farbwerte an die leds übermittelt werden müssen heißt wenn ihr eure led stripe auf rot stellt und sie wird in wirklichkeit aber dann blau dann könnt ihr davon ausgehen dieser parameter ist falsch eingestellt und ihr müsst hier die richtige farbreihenfolge entsprechend eure leds auswählen im schlimmsten fall wenn ihr es nicht wisst einfach ausprobieren ist relativ schnell einmal durchprobiert der standard ist hierfür rgb als letzten parameter im beispiel wird hier nur noch ein name gesetzt und damit ist die konfiguration hier aus diesem beispiel auch schon abgeschlossen alle parameter außer dem parameter rgb order sind hierbei auch pflicht das sehen wir hier unten an dem eintrag required wir haben hier unten aber noch ein paar weitere parameter und zwar einmal zum beispiel max refresh rate darüber geben wir an in welchem intervall die leds maximal einzelne befehle abarbeiten können der standard orientiert sich hier an dem chipset den wir hier schon über chipset definiert haben das heißt in der regel muss man hier diese maximale aktualisierungsrate auch gar nicht ändern als weiteren noch wichtig und interessanten parameter gibt es effekte dabei handelt es sich um eine liste und wie der name schon sagt oder vermuten lässt hier können wir eben eine liste von lichteffekten hinzufügen und die lichteffekte die wir hier dieser plattform nachher noch eintragen die stehen uns hinterher auch in der oberfläche zur auswahl zur verfügung das schauen wir uns in einem zweiten schritt in diesem video noch an kommen wir jetzt noch zum letzten eintrag die id überspring ich wieder und zwar all other options from light also auch hier wieder das gleiche wie bei sensoren auch wir haben nicht nur die parameter die uns unsere plattform zur verfügung stellt also die parameter die wir hier in der liste sehen zur verfügung sondern eben auch alles was uns unsere integration light zur verfügung stellt auch das ist natürlich wieder dokumentiert wenn wir hier auf die light komponente gehen sehen wir hier effekt gamma correct default transition length restore mode und 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 also hier möchte ich jetzt nicht auf jeden einzelnen punkt im detail eingehen ich wollte aber noch mal erwähnen dass euch diese parameter hier ebenfalls zur verfügung stehen was vielleicht auch am anfang schon interessant ist ist der punkt default transition length steht standardmäßig auf einer sekunde und der ist einfach dafür wenn ihr von rot zum beispiel nach blau wechselt gibt dieser wert an wie lange er sich quasi für diesen farbwechsel zeit nimmt und sofern eure plattform das unterstützt blendet er auch die farben innerhalb einer sekunde von farbe a nach farbe b und hierüber könnt ihr also eben die geschwindigkeit dieses farbwechsels einstellen gehen wir aber wieder zurück zu unserem fast led beispiel und zwar kopieren wir uns das jetzt einmal wechseln wieder nach esp home er schmeißt uns natürlich wieder raus wir klicken also wieder auf edit gehen ans ende unserer datei und fügen hier das beispiel ein den kommentar passen wir jetzt mal an zu ws 28 12 b led der chipset ist bei uns jetzt wie eben schon erwähnt kein 28 11 sondern 28 12 b die leds hängen nicht an gpio 23 wie wir sehen er meckert auch und sagt pin nummer 23 die kenne ich nicht die gibt es nämlich beim d1 mini nicht meine leds hängen in dem fall am d2 die stripe hat 27 leds und wir nennen jetzt diese led einfach mal fast led youtube test ich sage speichern klicke jetzt hier auf install wähle plug into this computer wähle meinen usb anschluss aus und sage verbinden so die installation ist abgeschlossen ich klicke hier mal auf close und wir sehen die led stripe ist online gegangen schauen wir also einmal ins log suchen uns jetzt hier unsere ip adresse heraus hier sehen wir es ist natürlich wieder die 160 denn es ist der gleiche d1 mini wie aus dem letzten video gehen also wieder auf einstellungen integrationen sagen integration hinzufügen suchen hier nach esp home fügen unsere ip adresse ein sagen absenden wie in den letzten videos erwähnt hätten wir bei api ein passwort hinterlegt müssten wir dieses jetzt hier eingeben da ich kein passwort angegeben habe können wir hier direkt sagen fertig und hier haben wir jetzt unsere led stripe und wenn wir mal schauen haben wir hier eine entität und zwar unsere leds binden wir diese jetzt in die oberfläche ein dafür gehe ich auf übersicht wähle hier mal meinen reiter test wechsel in den bearbeiten modus in dem hier auf die drei punkte und dann benutzer oberflächen konfigurieren klicke wir fügen mal eine karte hinzu wählen wir hier die karte licht er wählt hier korrekt schon aus light.fast led youtube test ansonsten müsstet ihr hier entsprechend eure leds auswählen und ich sage einfach mal speichern so nachdem wir jetzt den software part abgeschlossen haben schauen wir uns mal eben kurz noch den technischen aufbau an ich blende euch hier mal eben kurz einen schaltplan ein und wie ihr hier seht die leds sind am d2 angeschlossen es gibt hier aber eine kleine besonderheit und zwar der d1 mini liefert an sein gpio ausgängen nur 3,3 volt die rgb leds gehen aber in der regel von 5 volt datenleitungen aus damit wir hier ein stabiles 5 volt signal für die leds liefern können habe ich hier also noch einen level shifter dazwischen gepackt wie dieser anzuschließen ist seht ihr ebenfalls hier im schaltplan und dieses bauteil macht nichts anderes als das 3,3 volt signal an die leds eben mit 5 volt auszugeben viel mehr gibt es hier an dieser stelle eigentlich auch gar nicht zu beachten und insofern wechseln wir wieder nach home assistant und ich blende euch jetzt am unteren bildschirmrand einmal meinen beispielaufbau mit den leds ein und wenn ich jetzt hier im home assistant auf die lampe klicke gehen die leds auch an halte ich hier kurz gedrückt dann geht hier auch unser farbwahl dialog auf und wir können zum beispiel die helligkeit einstellen wir können die farbe einstellen so und wenn ihr jetzt genau hinguckt dann seht ihr dass die farben eben nicht die farben sind die wir hier eingestellt haben denn wenn ich jetzt hier zum beispiel auf blau wechsel dann werden die leds grün gehe ich auf rot sind die leds rot und gehe ich auf grün sind die leds blau und hier kann man jetzt also schön sehen rot ist rot aber blau und grün ist vertauscht also gehen wir noch mal nach esp home in unser programm für die leds und jetzt sehen wir hier b r und g und wie wir gerade schon festgestellt haben blau und grün ist vertauscht also machen wir aus dem g ein b und aus dem b ein g speichern das ganze installieren das ganze einmal eben neu die installation ist abgeschlossen unser gerät ist auch wieder online also gehen wir wieder in die übersicht jetzt sehen wir die leds sind hier als grün eingestellt und sie zeigen uns auch grün wenn wir jetzt hier nochmal in den farbwahl dialog gehen ist jetzt auch blau blau grün grün und auch bei pink werden die leds entsprechend pink dargestellt jetzt haben wir hier aber noch keinerlei effekte und die schauen wir uns jetzt auch noch eben kurz an gehen wir dazu nochmal auf die homepage von esp home und wechseln hier nochmal in die dokumentation von fast led und wenn wir uns hier nochmal den parameter für effekte ansehen dann sehen wir hier einen link zur dokumentation für light effects hier sehen wir jetzt also direkt ein beispiel für lichteffekte und zwar für den random effekt wir sehen wir haben hier die integration light darunter dann den eintrag mit unserer plattform bei uns war das ja fast led clockless und zu dieser plattform können wir jetzt effekte hinterlegen dabei ist wie immer drauf zu achten dass effekts muss bündig unter plattform angeordnet sein also vier leertasten und dann das wort effekts und effekts wie wir eben schon gelesen haben dabei handelt es sich um eine liste und die listeneinträge also jeder einzelne effekt beginnt wie immer mit einem minus und das muss eben wieder zwei leertasten weiter eingerückt sein als das wort effekt also haben wir hier sechs leertasten und dann ein minus wie wir gelernt haben teilen wir dadurch dem programm mit dass diese einträge hier entsprechend einträge unserer effekt liste sein sollen hier in diesem beispiel sehen wir also jetzt einen zufallseffekt bei dieser schreibweise hier werden einfach alle parameter mit ihrem standardwert verwendet und wie wir aber hier im zweiten und dritten beispiel sehen haben wir eben auch die möglichkeit den gleichen effekt zu verwenden aber über die parameter die art des effekts zu beeinflussen nämlich einmal in der übergangsdauer und im update intervall also wie oft sollen die leds aktualisiert werden und wie lange soll der farbwechsel denn eigentlich dauern das erste beispiel ist also etwas langsamer mit je 30 sekunden und im zweiten beispiel da dauert der farbwechsel anstatt 30 sekunden eben nur vier sekunden und wir haben ein farb update intervall von fünf sekunden bevor wir jetzt den effekt ausprobieren schauen wir mal eben kurz noch in die dokumentation wie wir sehen in diesem fall bei effekten ist der name optional heißt wir müssen ihn nicht angeben wenn man nur einen random effekt nutzt dann ist der default wert random sicherlich auch okay wenn man aber zwei oder drei verschiedene random effekte hier einbinden möchte dann macht es sicherlich sinn den namen entsprechend auch zu setzen als zweiten parameter haben wir eben schon gesehen gibt es die transition length und hier steht auch noch mal das ist die dauer die der farbwechsel braucht um von der ursprünglichen farbe auf die neue farbe zu wechseln das update intervall hingegen das gibt an wie lange das programm wartet bis es eine neue farbe ich sag mal beauftragt das heißt in der regel sollte die transition length also die farbwechseldauer immer kleiner sein als das update intervall denn wenn ihr es andersrum macht dann fordert das programm schon eine neue farbe an obwohl der farbwechsel von der letzten farbe noch gar nicht abgeschlossen ist ich würde sagen wir kopieren jetzt einfach mal dieses beispiel und zwar bis zum block effekt denn light und plattform diese angaben haben wir ja schon bei uns im programm drin das heißt wir brauchen jetzt nur unseren standard random effekt kopieren uns den wechseln nach esp home gehen hier auf edit und fügen das ganze unter unserer light komponente ein und jetzt haben wir das gleiche wie in der dokumentation wir haben unsere light integration darunter die angabe unserer plattform und bündig mit dem eintrag plattform finden wir hier jetzt auch unsere effekte wir haben also jetzt einmal unseren standard random effekt und einen weiteren random effekt bei dem ein name vorgegeben wurde wenn wir jetzt noch mal in die doku schauen haben wir hier jetzt eine transition length von 5 update intervall von 7 die transition length ist standardmäßig aber auch schon auf 5 sekunden ich würde sagen wir wählen jetzt hier bei update intervall und transition length einfach mal wesentlich kleinere werte und sagen jetzt hier einfach mal zwei sekunden und drei sekunden und wählen hier speichern dann installieren wir das ganze sagen plug into this computer wählen den comport und sagen verbinden die konfiguration ist installiert also sagen wir jetzt einmal close und schauen uns das ergebnis einmal an ich wechsel dazu wieder in die übersicht auf den reiter test ich blende euch am unteren bildschirmrand jetzt noch mal die leds ein und wenn wir jetzt hier im home assistant noch einmal den farbwähler aufmachen dann sehen wir jetzt unter der farbauswahl auch noch den auswahlpunkt effekt und wenn wir diesen einmal öffnen sehen wir hier random und random effect with custom values fangen wir mal an mit random und jetzt seht ihr hier dass die farben sich ungefähr im fünf sekunden takt aktualisieren und zwar nicht mit einem harten farbwechsel sondern wir haben hier jeweils einen fließenden übergang der auch fünf sekunden dauert wenn wir jetzt hier aber den effekt random effect with custom values wählen dann sollte es zwar der gleiche effekt bleiben aber die farbwahl selber sollte wesentlich schneller vonstatten gehen wir haben jetzt hier nicht so einen ganz fließenden effekt glaube ich weil ich die helligkeit nicht auf voller stufe habe ich schraube die jetzt mal hoch und dann sehen wir dann haben wir auch etwas fließendere farbübergänge aber eben wesentlich schneller als im standard schauen wir uns noch einen weiteren effekt an und dazu gehen wir nochmal eben in die dokumentation rüber und scrollen hier einmal ein bisschen runter als nächstes haben wir zum beispiel einen strobe effekt der strobe effekt der dient dazu mehrere spezifische farben angeben zu können die der reihe nach einfach durchgewechselt werden bei jeder einzelnen farbe kann man auch angeben wie lange diese eingeblendet sein soll wie hell diese sein soll und ich würde sagen das schauen wir uns mal eben kurz noch an wir sehen jetzt hier wir haben den effekt der effekt kann auch wieder einen namen bekommen und dann hat er als parameter den punkt colors colors ist wieder eine liste also alle einträge darunter wieder zwei leertasten weiter eingerückt wieder begonnen mit einem minus und zwar müssen wir jetzt für jeden einzelnen farbeintrag einen status angeben also ob dieser wert angezeigt werden soll oder eben nicht als nächstes können wir einen color mode angeben wir können die helligkeit angeben oder eben die farbhelligkeit dann natürlich die wichtigsten werte rot grün blau und weiß wobei weiß natürlich auch nur bei rgbw leds zum tragen kommt ansonsten brauchen wir rot grün und blau dann haben wir hier die möglichkeit die farbtemperatur anzugeben und ebenso haben wir auch die möglichkeit über kalt oder warm weiß unseren farbton anzugeben all das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab was wir denn jetzt für leds überhaupt haben könnt ihr ja mal ein bisschen mit rum spielen ich werde mich jetzt erstmal nur auf rot grün und blau beschränken in diesem beispiel der rest verhält sich aber identisch ich kopiere mir jetzt also einfach mal dieses eine beispiel wechsel wieder nach esp home und füge jetzt einfach mal hier noch einen weiteren effekt hinzu trennen das mal noch mit einer leerzeile damit ihr das ganze etwas besser erkennen könnt denn das ganze jetzt auch einfach mal nur strobe effekt so und jetzt haben wir hier drei verschiedene farbwerte die angegeben werden bei der ersten farbe sagt er 100 prozent helligkeit 100 prozent rot und 90 prozent grün ich würde das jetzt einfach mal ändern wollen und ich sage jetzt einfach mal die erste farbe soll einfach nur für eine halbe sekunde rot sein dann haben wir eine viertel sekunde wo die leds aus sind und als letzten wert haben wir hier wieder 100 prozent helligkeit in grün das installieren wir direkt mal wieder die leds sind wieder online also wechseln wir wieder in die übersicht auf den reiter test ich blende euch wieder meine leds ein wir wechseln wieder zur effektauswahl und haben jetzt hier unseren neuen effekt wählen den strobe effekt einmal aus und jetzt seht ihr genau das was wir eben definiert haben und zwar beginnt er mit den roten leds nach rot folgt eine kurze pause danach kommt grün und dann fängt er mit rot direkt wieder an eigentlich sollte es ja ein kurzes video werden aber ich denke mal ein effekt darf auf gar keinen fall fehlen wenn ich jetzt hier alle effekte einzeln und im detail durchgehen würde das würde jeglichen rahmen von diesem video hier sprengen auf lambda effekte möchte ich in diesem video sowieso nicht eingehen das kommt vielleicht mal in einer späteren folge ist aber jetzt zumindest erstmal nicht für diesen adventskalender geplant wenn euch aber irgendwelche speziellen effekte oder so hiervon noch interessieren lasst mich gerne in den kommentaren wissen dann können wir uns das in einem gesonderten video gerne noch mal im detail ansehen was ich euch aber noch zeigen möchte ist der adressierbare regenbogen effekt und zwar haben wir hier addressable rainbow können diesem auch wieder einen namen mitgeben eine geschwindigkeit und eine breite ich denke name und geschwindigkeit ist klar aber die breite die breite bezieht sich nicht auf die breite von einer einzelnen farbe im regenbogen sondern die breite gibt an wie breit soll der gesamte regenbogen sein das heißt wir haben unsere led stripe von ich sage jetzt einfach mal 200 leds und wenn wir jetzt möchten dass der regenbogen über die gesamte breite keine einzige farbe doppelt anzeigt aber wir alle farben gleichzeitig sehen möchten dann müssen wir hier bei breite auch 200 eintragen denn über diese angabe was wir hier bei breite angeben darüber erstreckt sich das gesamte farbspektrum des regenbogens haben wir jedoch 200 leds und sagen hier bei with eine breite von 100 dann hieße das wir sehen diesen gesamten regenbogen zweimal auf unserer led stripe das können wir uns auch mal eben noch anschauen ich kopiere dafür jetzt noch einmal hier dieses beispiel wechsel wieder nach esp home gehe nochmal ans ende vom programm und füge jetzt hier zweimal den regenbogen effekt ein und zwar sage ich jetzt hier einmal full und einmal half also voll und halb und das einfach nur damit ich hier jetzt einmal sagen kann eine breite von 27 denn wir haben 27 leds und hier sage ich jetzt einfach mal eine breite von 10 ist nicht die hälfte ist aber weniger sollte zum vorstellen reichen damit man es vielleicht etwas besser sehen kann können wir hier ja auch mal die geschwindigkeit noch ein bisschen runtersetzen und ich sage einfach mal installieren das programm ist installiert leds sind online also wechseln wir wieder in die oberfläche ich blende euch wieder die leds ein wir wählen jetzt wieder hier unseren effekt aus und hier unten sehen wir jetzt regenbogen effekt full regenbogen effekt half ich wähle mal den regenbogen effekt full und jetzt seht ihr dass der regenbogen sich über die gesamte länge unserer leds verteilt und zwar jede farbe kommt nur einmal vor die animations geschwindigkeit ist auch relativ gemütlich wenn wir jetzt dagegen mal den half effekt auswählen sehen wir dass eben die farben auf einem wesentlich engeren raum zusammengefasst wurden und wir daher die farben mehrfach sehen zusätzlich können wir jetzt hier auch sehen dass die kleinere geschwindigkeit sich drastisch bemerkbar macht denn der farbverlauf läuft jetzt wesentlich langsamer ab als eben bei dem rainbow effekt full und so habt ihr die möglichkeit unterschiedlichste effekte für euren esp zu erzeugen und das wäre jetzt mal so der einstieg für die möglichkeiten die ihr habt um verschiedenste effekte mit eurem esp für eure leds umzusetzen ja soviel zum thema rgb stripe an einem d1 mini mit esp home betreiben ich hoffe ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen solltet ihr doch noch irgendwelche fragen haben stellt sie mir wie immer gerne unten in den kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem discord vorbei link blende ich hier ein findet ihr auch noch einmal oben in der infobox bei uns auf dem discord werden täglich viele interessante themen rund ums thema home assistant arduino raspberry pi 3d druck und 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 diskutiert wenn euch also diese themen interessieren schaut gerne mal vorbei wird mich freuen den ein oder anderen dort begrüßen zu können wenn euch meine videos gefallen zeigt mir gerne mit einem daumen hoch denn das zeigt nicht nur mir dass euch meine videos gefallen sondern es zeigt auch dem youtube algorithmus dass es sich lohnt diese videoserie zu verbreiten und das würde mich doppelt unterstützen an der stelle vielen vielen dank dafür wenn ihr mich aktiv noch weiter unterstützen möchtet dann habt ihr natürlich auch da die gelegenheit zum beispiel bei der nächsten amazon bestellung einfach meine affiliate links unten aus der video beschreibung zu verwenden und danach erst eure bestellung aufzugeben dann zahlt ihr natürlich weiterhin das gleiche aber ich würde eine kleine provision bekommen wodurch ihr mich aktiv unterstützen könntet wenn ihr noch einen schritt weiter gehen wollt gäbe es noch die youtube mitgliedschaft diese findet ihr hier unten neben dem abonnieren button alles weitere dazu erkläre ich da auch noch mal in einem kurzen video noch einmal vielen vielen dank für jegliche art von eurem support sei es ein like sei es ein abo sei es ein kommentar unter dem video oder natürlich auch die mitgliedschaft das alles unterstützt mich und meine arbeit hier immens also vielen vielen dank für jede einzelne aktion von euch ich würde mich freuen wenn wir uns direkt morgen im nächsten video wiedersehen würden da schauen wir uns nämlich einmal gpio binary sensoren in esp home etwas genauer an das ist also alles wie zum beispiel bewegungsmelder oder türkontakte oder ähnliches also alle sensoren die einfach nur an oder aus kennen und bis dahin verabschiede ich mich und sag einfach bis zum nächsten video ciao ciao